Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg. Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Oder Moin Moin, wie wir ja in Hamburg berühmterweise sagen. Das kennt ihr ja schon. Heute am 1. Mai 2018 habe ich nachmittags nichts besseres zu tun, als mich hinzusetzen und nochmal eine weitere Folge zu lesen von dem wundervollen Buch von Theodor Griesinger von 1866 über die Jesuiten und ihre vollständige und geheime Wirkung oder ihre Wirkung im Geheimen und im Verborgenen vom Anfang des Ordens bis jetzt. Das ist jetzt 1866, seiende natürlich, also vor 152 Jahren. Und ich habe heute das Privilegium, euch meinen Bruder in Christus vorstellen zu können. Michael, der über Skype mit mir verbunden ist, deswegen seht ihr oben im Video dieses kleine Skype-Bild da. Das muss ich ja anlassen, dass ich auch weiß, dass die Verbindung in Ordnung ist und dass Michael noch da ist. Und den möchte ich euch mal kurz eben vorstellen. Aber vorstellen tut er sich natürlich selber. Michael, herzlich willkommen zu der Aussendung heute oder zu der Sendung heute von Griesinger, die 20. Von daher eine besondere Jubiläumssendung. Herzlich willkommen und stell dich mal eben kurz vor an unsere Zuschauer. Ja, hallo Jörg. Vielen lieben Dank für die Einladung bezüglich der Buchlesung von Griesinger. Ich bin ungefähr genauso alt wie du, komme etwas südlicher aus Nordrhein-Westfalen, aus Deutschland und bin schon seit einiger Zeit eifriger Verfolger deiner Buchlesungen und bin doch sehr erstaunt, wie viel Material es über solche Dinge überhaupt gibt. Und zum Zweiten bin ich stark beeindruckt von deiner Fähigkeit, in dem Altdeutschen so gut zurecht zu kommen. Naja, das ist mir auch nicht so von heute auf morgen zugeflogen. Du wirst ja gleich sehen, da wir das Buch zusammenlesen, wie fließend ich das mache. Aber ich habe meiner Mutter das auch gesagt. Die hat sich vorhin auf dem Fernseher den siebten Teil von mir angeguckt. Ich lade meine Videos, die ich auf YouTube hochlade, dann immer wieder runter. Aber komischerweise kann sie die Dateien sonst über diesen Satellitenempfänger, den wir haben, nicht lesen. Also der kann die nicht lesen. Deswegen hat sie sich vorhin die siebte Aufnahme angeguckt, während wir Mittag gegessen haben. Und da wird ganz deutlich, dass in der siebten Aufnahme ich schon sehr viel flüssiger spreche als in den ersten. Weil dieses Altdeutsche, diese Frakturschrift, das geht mir auch nicht ungefähr ab. Also ich habe das auch nie gelernt. Und kommt dann auch manchmal zu, dass eben auch manchmal Worte gebraucht werden, die heute, ja, veraltet sind, sagen wir mal, die wir heute gar nicht mehr so gebrauchen. Oder wenn die nicht so gebräuchlich sind, dann tut man sich natürlich schwer, solche Worte manchmal zu entziffern. Und dafür ist es schön, dich damit beizuhaben, weil wenn ich mich da irgendwo verfranse, dann kannst du mir vielleicht helfen. Sonst habe ich teilweise die englische Buchlesung damit beigenommen. Das muss ich dann heute nicht machen, weil da muss ich das immer auf der anderen Seite suchen. Das ist auch nicht leicht, sich in das englische Buch reinzuarbeiten. Aber schön, dass du damit bei bist. Und ich hoffe, dass du ein bisschen was dazu beitragen kannst. Das wäre schön, wenn. Es ist aber nicht schlimm, wenn nicht, weil es geht ja nicht darum, sich irgendwie zu profilieren, weder ich mich, weder du dich. Sondern es geht ja darum, die Arbeit von Jesus Christus durchsetzen zu können und dafür zu sorgen, dass unser Herr durch das Medium, das er gebraucht, oder die Medien, die er gebraucht, nämlich uns, dafür zu sorgen, die Leute aufzuklären und in der Wahrheit zu belehren. Wobei wir immer daran denken müssen, das erste Stück Wahrheit, das finden wir nicht in solchen Büchern wie von Theodor Griesinger, auch wenn das ein sehr schönes und lehrreiches Buch ist. Aber dafür müssen wir auf die Bibel zurückgreifen. Und wie gesagt, wie ihr gelernt habt in meiner Aussendung oder in meiner Serie, die Bibel korrekt oder korrupt, die ja zehn Teile befasst, da habt ihr ja gelernt, dass es im Englischen nur die König James ist, die da vertrauenswürdig auf den masoretischen Text im Alten und dem Textus Rezeptus im Neuen Testament basiert ist. Und dass es im Deutschen für 100% Textus Rezept und masoretischer Text nur die Schlachter gibt. Selbst die Luther 1545 hat einige Stellen, wo sie in der Hinsicht korrupt ist. Die 1912er sowieso und von der 1984er sprechen wir gar nicht mehr. Die 1984er von Luther hat 90% Nestle Alon Text und nur noch 10% Textus Rezeptus im Neuen Testament. Eine furchtbar betrogene Bibel. Also, Michael, herzlich willkommen. Herzlichen Dank dafür, dass du damit bei bist. Und dann würde ich sagen, ohne weitere Verzögerung springen wir da mal rein und fangen wir jetzt mal an. Ich muss nur mal eben schauen, ob meine Aufnahme hier gut läuft. Ja, fünf Minuten Einladung ist auch in Ordnung. Und dann fangen wir an. Wir haben letztes Mal aufgehört, wie ihr euch wahrscheinlich erinnert, diejenigen, die zumindest den Teil hier vor, Teil 19 gelesen haben, erinnern sich, dass wir hier gesprochen hatten über die Übernahme im Grunde von Portugal, nachdem dieser König Sebastian verstorben war ohne irgendwelche Erben, was die Jesuiten ja erfolgreich verhindert hatten, dass er Erben hatte. Dass wir gelernt haben, dass die Jesuiten da sehr viel Interesse bei hatten, dass Portugal usurpiert wurde, also aufgenommen wurde eigentlich von dem spanischen König. Und so fängt das oben auf Seite 211 im PDF für diejenigen, die mitlesen, auch an. 193 im Buch für diejenigen, die auch wie ich eine eigene Form dieses Buches haben. Da kann man auch in dem Buch mitlesen. 193, da steht oben geschrieben. Auf diese Art, wie wir eben im 19. Teil beschlossen, unsere Sendung damals beschlossen hatte und gelesen hatten, auf diese Art pazifizierte oder usurpierte man eben das Land. Und am 11. September, interessantes Datum, nicht Leute? Der 11. September ist nicht nur der 11. September 2001. Geschichtlich hat er eine ganz wichtige Bedeutung. Es sind viele Jahre, wo am 11. September bestimmte interessante Dinge passiert sind. Aber das überlasse ich mal euren eigenen Nachforschungen. Also, dass man am 11. September 1580, da hatte Philipp II., also der König von Spanien, sondern die Genugtuung, seine persönliche Befriedigung, sich die Krone von Portugal aufsetzen zu können, ohne ferneren Widerstand mehr zu erfahren. 80 Jahre lang stand nun Portugal unter der Herrschrift der spanischen Krone und wurde von dieser ganz und gar wie eine eroberte Provinz behandelt. Infolgedessen geriet das Land mehr und mehr in Zerfall. Und man kann sich also wohl denken, welche Verzweiflung die Portugiesen über dieses ihr Elend ergriffen haben mag. Ja, vielleicht kann man das ja ein wenig damit vergleichen, wie manche Deutsche sich fühlen, nachdem Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg von den Alliierten so aufgesogen wurde. Aber die Deutschen, die sich da Sorgen drüber machen, werden ja heute nur als Nazis behandelt. Oder bezeichnet, merkwürdigerweise. Patriotismus wird ja in Deutschland immer gleich mit Nazitum gleichgesetzt. Sollte man mal den Amerikanern sagen, dann sind die Amerikaner ja ein einziges Volk von Nazis. Weil ein patriotisches Volk als die gibt es ja gar nicht mehr. Auf jeden Fall, der Autor fährt hier fort. Wenn nun aber auch die ganze Einwohnerschaft jenes früher so hochstehenden Reiches durch das träge, unfähige Regierungssystem der Spanier, sowie noch mehr durch ihre Habsucht und Grausamkeit zugrunde gerichtet wurde, so schwamm das Schiff der Jesuiten umso flotter daher. Und sowohl König Philipp II., der also regierte zwischen 1556 und 1598, als auch Philipp III., der es dann 1598 bis 1621 übernahm, überhäufte sie mit Gunstbezeugungen. Tja, zu der Regentschaft Philipp II. muss man ja noch sagen, seine Frau, die Königin Isabella und Philipp II. waren diejenigen, die Ende des 15. Jahrhunderts... Achso, ne, da bin ich ja zu weit. Ach, Entschuldigung, da hätte ich jetzt fast was Verkehrtes gesagt. Das ging um 1492, das war 100 Jahre davor, die damals die Inquisition eingeführt hatten. Na gut, streichen wir das eben. Man kann sich mal eben täuschen. Auf jeden Fall überhäuften die beiden spanischen Könige zwischen 1556 und 1621 die Jesuiten mit Gunstbezeugungen. Ja, man darf wohl sagen, sie fuhren unter diesen beiden Herrschern und deren Stadthaltern fort in Portugal so mächtig zu sein, als sie nur je unter früheren portugiesischen Königen gewesen waren. Und als sie wie außergewöhnlich groß diese Macht angesehen werden muss, ersieht man am besten aus einem Memoriale des königlichen Generalprokurators Don Ceabra de Silva, welcher später unter König Josef I. die jesuitischen Akten zu prüfen hatte. Bei Gelegenheit eines Prozesses nämlich, der im Jahr 1617 bei dem Krongerichte in Lissabon anhängig gemacht worden war und in welchem die Jesuiten als Beklagte erschienen, bemerkt der besagte Generalprokurator wörtlich folgendes über die Jesuiten. Zitat Mit anderen Worten, dann hätten sie es geschafft, da ihren Königsstaat, wie wir bereits darüber gesprochen hatten, die Theokratie, dasselbe, was sie damals in Paraguay geschafft haben, eben mit Portugal auch zu machen. Eine solche Sprache ist, dünkt mich, deutlich genug. Und ich brauche also kein Wörtler mehr hinzuzusetzen. Da hat der Autor vollkommen recht. Manche Aussagen sind kräftig genug, dass man da eigentlich kein Kommentar mehr zugeben muss, was er in diesem Fall auch nicht tut. Nun etwas anderes gestaltete sich die Sache unter dem König Philipp IV., der regierte zwischen 1621 und 1665. Denn während der Regierung dieses ebenso schwachen als ausschweifenden Regenten sank die Macht Spaniens so tief herab, dass die Jesuiten sich es nur zu klar bewusst wurden, wie es unmöglich sei, mittels dieses Herrschergeschlechts die projektierte Universalmonarchie zu gründen. Also diese Theokratie auf Erden, auf der ganzen Erde durchzusetzen, Universalmonarchie, was ja heute durch den Papst eigentlich bereits schon fast beschlossene Sache ist. Und somit begann ihr bisher so großes Interesse an Spanien, sich in etwas abzukühlen. Noch kühler wurden sie, als sie zu ihrem nicht geringeren Ärger die Bemerkung machen mussten, dass sich, das sind die Worte eines Schriftstellers aus jener Zeit, die Sonne der königlichen Gunst nicht selten für die guten Väter verfinsterte, um ihre herrlichsten Strahlen auf den heiligen Dominikus und seine Kinder niederfallen zu lassen. Ha! Und da sie es nicht gewohnt waren, auch nur die geringste Beleidigung oder Hinteransetzung geduldig zu ertragen, so sannen sie sofort auf Rache. Freilich nicht auf solche, wo man dem Feind mit offenem Messer oder offenem Visier entgegentritt. Nein, das ist nicht die Arbeit der Jesuiten, sondern auf eine heimliche, eine versteckte, eine hinterhältige, deren Urheberschaft man öffentlich ableugnen könnte, denn es stand noch allzu viel auf dem Spiel, als dass sie dem König Phinippe des Vierten geradezu und vor aller Welt hätten entgegentreten können. Worin bestand nun aber ihre geheime Rache? Ha! Wenn wir den Eid der Jesuiten uns vor Augen halten, dann wissen wir die Antwort. Einfach darin fährt der Auto fort, dass sie in anonymen Schriften den Despotismus der Spanier aufs heftigste angriffen und zugleich im Beichtstuhl die Portugiesen versicherten, König Philipp habe überhaupt kein Recht auf die portugiesische Krone, sondern diese gehöre dem Hause Braganza. Durch solche und ähnliche Machinationen, also Arbeitsweisen, gelang es ihnen nun zwei Absichten zumal zu erreichen, also auf einmal zu erreichen, nämlich die, dass sie, während sie am Hofe von Madrid laut versicherten, es geschehe von ihrer Seite alles, um in Portugal das Volk in der Unterwürfigkeit gegen Spanien zu erziehen, heimlich das unter der Asche brennende Feuer des Hasses der Portugiesen gegen Spanier zu immer helleren Flammen anfachten und zum anderen die, dass das portugiesische Volk ihnen den Verrat, welchen sie bereits zugunsten Philipp II. begangen, wenigstens zu verzeihen anfing. Also mit anderen Worten, durch ihre verborgene Politik gelingt es ihnen, die Sympathie der Portugiesen zurückzugewinnen, obwohl das portugiesische Volk weiß, wie betrogen sie durch die Jesuiten erst wurden, dass die spanische Krone überhaupt die Macht damals übernehmen konnte. Am 1. Dezember 1640 brach die von den portugiesischen Großen mit großer Klugheit entworfene und mit ebenso großer Kraft durchgeführte Verschwörung aus, welche den Herzog Johann von Braganza einen direkten Nachkommen der weit oben viel genannten Donner Katharina von Braganza als Johann IV. auf den portugiesischen Thron brachte. Und da gehen wir anscheinend nochmal eben in eine Fußnote rein. Schauen wir uns die eben an. Da steht nämlich drin, dass nähere hierüber, das ist wahrscheinlich im nächsten Buch oder was, dass nähere hierüber, sowie über den darauffolgenden Krieg mit Spanien möge gefälligst in irgendeiner anderen Weltgeschichte nachgelesen werden. Also das finde ich eine wunderbare Anmerkung von dem Grisinger. Der sagt auch, ja Leute, macht mal eure eigene Nachforschung, ich kann ja nicht alles schreiben. Das nähere hierüber, sowie über den darauffolgenden Krieg mit Spanien, also Portugal-Spanien, das möge gefälligst in irgendeiner allgemeinen Weltgeschichte nachgelesen werden. Das finde ich sauber, dass er hier mal das so offen und ehrlich sagt, wie ich es auch meistens sage, stellt eure eigenen Untersuchungen an, in solchen Dingen, in solchen Büchern, hier kann nicht alles stehen, aber es wird interessant sein, da seine eigenen Lesungen in zu unternehmen. Der Satz fährt fort, und der Jesuitenpater Caspar Correa war der Erste, welcher den Herzog mit dem Titel eines Königs begrüßte. Johann IV., also der neue König von Portugal, sollte damit daran erinnert werden, welchen großen Anteil die Jesuiten an diese Revolution genommen hätten und der schwache, furchtsame Monarch erinnerte sich dessen auch nur zu gut, denn er schaffte sofort seinen bisherigen Beichtvater, den weltgeistlichen Bartholomeu de Quental ab und ernannte zu diesen Posten den Jesuitenpater Anton de Vieira. Wie lest du das, Michael? Vieira, ne? Also ich würde dann ein V lesen als Erste, oder verstehst du das? Ja, es sieht für mich schon fast wie ein B aus. Ja, eigentlich nein, aber Vieira, ja okay, Anton de Vieira, dann nehmen wir Anton Vieira. manchmal sind diese Namen wirklich elendig zu lesen. Also, sie ernannten zu diesem Posten den Jesuitenpater Anton de Vieira, welcher durch seine fanatischen Predigten einen großen Einfluss auf die Lissabonner ausübte. Sobald übrigens Vieira königlicher Beichtiger, also Beichtvater geworden war, ließ er das Predigen sein und machte sich dafür seinem Herrn als politischer Ratgeber unentbehrlich. Genau dasselbe wie ein paar Jahre später de la Chaise das macht mit König Ludwig XIV. in Frankreich. Vor allem ließ er sich fein angelegen sein, den Staatsminister Fratz, ja, Fratz lese ich da, Lucena, einen Feind seines Ordens zu entfernen und er machte sich sogar kein Gewissen daraus, diesen redlichen Mann durch die schwärzesten Verleumdungen dem Schafott zu überliefern. Also, der Guillotine. Bald kam es dann so weit, die es damals noch nicht gab, aber das war auch ein Jesuit Guillotine, der übrigens dieses Enthauptungsgerät erfunden hat. Bald kam es dann so weit, dass ihm der Monarch alle Beschlüsse des Geheimrats zur obersten Durchsicht anvertraute und wenn somit Biera auch nicht den Titel eines Premiers erhielt, so wurde doch das Ministerium faktisch seiner Kritik und seinem Machtanspruch unterworfen. Machtspruch oder Machtanspruch nenne ich das mal. Schließlich wuchs das Vertrauen Johannes IV. so sehr, dass ihn derselbe mit gesamtschaftlichen Aufträgen an verschiedene Höfe Europas sandte und der schlaue Jesuit fungierte von dort an geradezu als königlicher Plenipotentiarus. Wie auch immer, das hat mit Plenum zu tun und heißt damit also wahrscheinlich ein Vertreter in den anderen Regierungsstellen. Abermals war also die Sozietät Jesu, die Kompanie Jesus, die tatsächliche Beherrscherin Portugals und damit sie es bliebe, brachte sie es dahin, dass die Erziehung der königlichen Prinzen den beiden Patribus Großmander und André Fernandes anvertraut wurde. Diese machten sich natürlich sofort mit allem Eifer an ihre Aufgabe und wenn sie auch die zwei Jüngeren, den Don Alfons und Don Pedro als die Zweit- und Drittgeborenen ziemlich vernachlässigten, so gelang ihnen dagegen die Heranbildung des Kronprinzen Theodosius desto besser. Das heißt, sie machten ihn zu einem Jesuitenfreunde von reinstem Wasser. Kein Sohn, so schreibt der Jesuit Franco in den Annalen, die er über seinen Orden herausgab, keiner kann seiner Mutter zärtlicher anhängen als Don Theodosius seinem Erzieher Fernandes. Und überhaupt hatte dieser Prinz eine solche Vorliebe für unseren Orden, dass ihm weiter nichts als der Rock fehlte, um einer der Unsrigen zu sein. Ende Zitat. Nun, freilich, in allen anderen Dingen blieb der Kronprinz sehr unwissend, die Astrologie und die Mystik ausgenommen und er würde daher einen ganz eigentümlichen Regenten abgegeben haben, wenn er je auf den Thron gelangt wäre. Doch was lag hieran? Die Hauptsache war, dass der Sozietät Jesu das Regiment über Portugal in den Händen blieb. Auf das Wohl des Landes und der Untertanen aber kam es, wie sich von selbst versteht, überhaupt nicht an. Mit dem Jahre 1656 segnete König Johann IV. von Portugal das Zeitliche. und gleich darauf starb auch der Kronprinz Theodosius, so dass nun der vernachlässigte Alfons des Throns Erbe wurde. Über ihn, als einen Minderjährigen, übernahm die Königin-Witwe Dona Luisa, eine geborene Gutzmann von Medina, Sidonia, die vormundschaftliche Regierung und über diese Regentschaft konnten sich die Herren Jesuiten-Paters wahrhaftig ebenfalls nicht beklagen. Die Weiberregimenter waren der Pfaffenherrschaft, wie die Geschichte zeigt, von jeher günstig und nun vollends das Regiment einer Dona Luisa. Sie hatte früher einen Kapuzinermönch zum Beichtvater, so wie aber Biera noch zu Lebzeiten ihres Gemals den Jesuiten-Pater Johann Runes an den Hofbrief. Da wollte sie von keinem anderen Geistlichen mehr etwas hören, sondern vertraute ihm allein ihr Seelenheil an, anstatt ihr Seelenheil Jesus Christus anzuvertrauen, mal eben nebenbei bemerkt. Ach, er war ja ein wahrer Heiliger. Er zerfleischte sich ja im Angesichte der Hofdamen den entblößten Rücken so grausam, dass das Blut in Strömen floss und über dem wer konnte so unbrünstig mit ihr beten als er, der Runes. So wurde dann bald der neue Beichtiger, also Beichtvater, allmächtig und es kam dann unter ihrer Regentschaft so weit, dass gar keine Beamtung im ganzen Lande mehr vergeben wurde, außer durch den Mittelweg der Jesuiten. Sie bildeten das Alpha und Omega den Anfang und das Ende und um Gnade zu erhalten und Gnade zu vermeiden. Huldigte ihnen jeder ohne Maß, also ohne Grenzen, absolute, komplette, hundertprozentige Huldigung oder Gehorsam gegenüber dem Orden. Ja, wahrhaft Sklave beugte man sich vor ihnen, den Aposteln, wie man sie nannte, im Staube und der beste Beweis dafür ist, dass Virunes natürlich im Geruche der Heiligkeit starb, die ersten Edelleute des Königreichs den Leichnam auf ihren Schultern in die Todeskruft des Prozesshauses zu Lissabon trugen, wo er mit fürstlicher Pracht beigesetzt wurde. Ich muss mal eben hier das Bild verändern, das wir nebenbei hier schauen und dann fahren wir fort. War nun aber die vormundschaftliche Regierung Duana Luisas eine durch und durch jesuitische, so drohte dem Orden dagegen ein herber Stoß, sobald der Thronerbe volljährig wurde und als Alfons VI. den königlichen Thron bestieg. Dieser junge Prinz nämlich fühlte sich so lange sein Bruder Theodosius lebte sehr zurückgesetzt und warf daher einen gründlichen Hass auf die Jesuiten Patres. Auch steigerte sich dieser Hass noch, als durch den Pater Runes der Bigotismus und die Selbstpeinigung am Hofe eingeführt wurde, denn er glaubte Ursache zu haben, den heiligen Mann für einen großen Heuchler zu halten und verheimlichte auch diese seine Gesinnung ganz und gar nicht. Er hatte sogar in seinem 18. Jahr den Mut, statt eines Jesuiten einen Benediktiner Mönch zum Beichtvater zu nehmen und über dem sprach er sich ganz offen dahinaus, dass seine künftigen Minister ganz anderen Schlag sein würden als die bisherigen. Oh, 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 ein junger JFK, ha? In diesem Alle nun lag eine große Gefahr für die Gesellschaft Jesu und man kann sich also wohl denken, dass die Herren Jesuiten Patris der Zukunft keineswegs mit Gleichmut entgegensahen. Zum Glück aber besaß Alfons keineswegs die geistige Kraft und noch weniger die Willensenergie, welche zur Durchführung der von ihm in Aussicht gestellten Projekte nötig gewesen wäre. Und über dem, woher sollte er denn die zu seiner Unterstützung nötigen aufgeklärten und freisinnigen Männer nehmen, da es ja dorten unter den Gebildeten und Höhergestellten gar niemanden gab, den nicht die Jesuiten erzogen gehabt hätten. Gewiss also brauchten diese guten Väter keine so große Angst zu haben und sie sagten sich dies auch selbst. Allein um allen Eventualitäten vorzubeugen, also für den Fall der Fälle, beschlossen sie, den Versuch des Fürsten sich von der Gesellschaft Jesu zu emanzipieren also zu trennen abzusondern, bereits im Keime zu ersticken und denselben gar nicht zur Regierung kommen zu lassen. Demgemäß verbreiteten sie im ganzen Lande das Gerücht, seine Lebensweise sei eine solch zügellose, dass er sich an Leib und Seele ruiniert habe und stellten, um ihn in den Augen des Volkes wie des Adelsrecht gründlich zu beschimpfen, überall in den Kirchen des Landes öffentliche Andachten an, in denen für seine Besserung gebetet wurde. Später ließen sie ihn von ein paar bestochenen Ärzten für halbverrückt erklären und brachten die Regentin Mutter dazu, dass sie den Sohn vor den versammelten Großen wie einen geistesunfähigen behandelte. Kurz, ihre Absicht ging dahin, die Portugiesen glauben zu machen, dass Alfons unfähig sei zu regieren und daher zugunsten des Don Pedro, seines Bruders, der ihnen gänzlich ergeben war, zurücktreten sollte. Allein diese Absicht gelang ihnen nur halb und sie mussten, um ihr bisheriges Intrigenspiel nicht zu verraten, am Ende mit süßer Miene zusehen, wie der von ihnen so gründlich wie der von ihnen so gründlich verlästerte Prinz, nachdem er Majoren geboren war, also das heißt er als Thronfolger, nicht nur den Thron bestieg, sondern sich sogar anno 1666, ein sehr interessantes Jahr, zum Beispiel wenn man sich an den großen Brand in London erinnert, eine als aufgeklärt geltende Gemahlin nahm, nämlich die Fürstin Maria Franziska Isabella von Savoyen Remour, doch eben dieser letztere Aktus, also Akt, nehme ich mal an, der ihnen anfangs als besonders gefährlich erschien, schlug zu ihrem vollständigen Glück aus und brachte und brachte sie unerwartet schnell an das längst angestrebte Ziel all ihrer Wünsche. Die junge Königin nämlich war sehr sinnlicher Natur und fand in den Umarmungen ihres ziemlich unkräftigen Gemahls keineswegs die Befriedigung, die sie sich versprochen hatte. Umgekehrt aber glaubte sie sich versichert halten zu dürfen, dass der jüngere Bruder des Königs Don Pedro, ein zwar geistig sehr wenig begabter, körperlich, aber sehr reich ausgestatteter Jüngling, all seine Kapazitäten besitze, welche dem Ersteren abgingen und somit sehnte sie sich mehr und mehr danach, den Letzteren zu besitzen. Natürlich blieben diese ihre Rehungen ihrem Beichvater Franz von Bille, den sie aus der Heimat mitgebracht hatte, nicht lange verborgen und dieser teilte sie seinem Freunde, dem Jesuiten Pater Berius mit, welcher als der Beichtiger des Herzogs von Estres, dem Begleiter der Fürste nach Lissabon gekommen war. Diese beiden listigen Patris aber setzten sich sofort mit der Jesuiten Partei am Hofe in Verbindung und nun wacht alsbald ein so schwarzer Plan, wie die Welt noch nicht leicht einen zweiten gesehen hat, zur Entfernung des Königs Alfons geschmiedet. Ein Plan übrigens, der nur durchgeführt werden konnte, wenn Donna Maria, die Königin und Don Pedro, ihr Schwager, bei der Vollziehung desselben mithalfen. Doch, sie halfen gerne, sogar so gerne mit, denn Donna Maria wollte ja auch denselben in das ersehnte schwägerliche Ehebett kommen und Don Pedro erhielt eine Krone, um deren Besitz er schon ein Verbrechen wagen konnte. Am 21. November 1667 ging die Komödie los. Die Komödie, da muss ich doch mal denken an, von wem ist denn das geschrieben? Ist das nicht Dante, Divine Comedy, die himmlische Komödie, ist das nicht von Dante geschrieben? Da muss man doch gleich dran denken, wenn man solche Dinge hier liest. Das ist eine tolle Lesung heute, ne Michael? Ja, ist ja lustig, also ich hatte gerade so bei den letzten paar Sätzen schon die Idee, ob dieses Buch nicht damals so ab 18 war. Da sind ja schon einige interessante Anmerkungen drin, also man muss sehr schmunzeln. Man muss sehr schmunzeln, ja, das finde ich im Allgemeinen bei diesem Schreibstil von Griesinger den Fall, das wirst du auch noch merken, wenn meine andere Lesungen rauskommen, sind ja bis jetzt erst sieben veröffentlicht und wir lesen hier die zwanzigste, die anderen sind ja alle bereit, um veröffentlicht zu werden. Da sind schon ein paar andere Dinge, wo ich das auch schon ziemlich lustig fand. Und das ist eine Bemerkung, die ich damals auch schon gemacht habe. Man merkt bei diesen Lesungen ganz deutlich, dass der Griesinger eine Erfahrung damit hat in der Belletristik, also in der Unterhaltungsschriftstellerei, sage ich dann mal eben, dass er da ganz gut ausgebildet wurde, weil die Art und Weise, wie er das schreibt, weißt du, mich lässt das gar nicht mehr los. Ich habe jedes Mal ein Problem, wenn meine Lesung nach einer Stunde vorbei ist, das ist so toll, ich könnte da stundenlang drin lesen in dem Buch. Es ist ein erheblicher Unterschied zu Code for Babylon. Es ist ein erheblicher Unterschied zu Code for Babylon. Das kann man wohl sagen, ja. Aber was ich auch interessant finde auf der anderen Seite ist gleichzeitig dieses Hintergrundwissen, das einem hier vermittelt wird. Das Hintergrundwissen über das Königreich Portugal, über das Königreich Spanien oder davor, wie wir gelesen hatten, als die Jesuiten nach Indien kamen, nach Afrika kamen, nach Amerika kamen, wie ihre Wirkung in Italien war und jetzt lesen wir halt hier Spanien, Portugal und später lesen wir noch andere Länder und pass auf, zum Schluss kommt auch noch Deutschland. Das dürfte auch ganz interessant werden. Aber wie gesagt, der Schreibstil von dem Griesinger gefällt mir unglaublich. Deswegen fahren wir mal eben fort. Also am 21. November 1667 ging die Komödie los. Am Morgen dieses Tages nämlich erklärte die Königin plötzlich, in einem Tränenstrom ausbrechen von ihrem ganzen Hofstaat, vor ihrem ganzen Hofstaat, dass ihr Gemahl, der König, unfähig sei, ihr ehelich beizuwohnen und dass sie sich daher, weil sie seine edelhaften Liebkosungen nicht mehr ertragen könne, sofort in ein Nonnenkloster flüchten werde. Auch führte sie letzteres Vorhaben alsbald aus und gefolgt von ihren sämtlichen Damen verließ sie sofort den Palast, um sich zu den Franziskanerinnen zu begeben. Hier wiederholte sie unter heftigen Tränenausbrüchen ihre Mär und die schnellstens herbeigeholten Jesuiten beeilten sich mit einer Geschäftigkeit ohnegleichen, das große Ereignis des Tages in ganz Lissabon zu verbreiten. Natürlich geriet die Stadt darüber in einen mächtigen Aufruhr und alle Welt sprang auf die Straßen oder zum Nachbar oder ins Wirtshaus, um die Skandalgeschichte zu besprechen. Auch nicht viel anders wie heute, wo sie ständig über das englische Königshaus solchen Quatsch machen. Also die Zeiten haben sich in der Hinsicht überhaupt nicht geändert. Man müsste sich mal vorstellen, anstatt dass die Prinzessin da jetzt letzte Woche das Kind geworfen hätte, dass sie sagen würde, von meinem Mann befriede ich mich nicht, ich gehe ins Kloster, ich würde ja mal wissen, was da in England los wäre. Die meisten übrigens ergriffen die Partei der Königen, denn die Jesuiten hatten, wie ich bereits erzählte, längst dafür gesorgt, dass man den König verachtete und selbstverständlich fügten sie ihren früheren Lästerungen nunmehr den Vorwurf der Unmannbarkeit als eine feststehende Tatsache bei. Vergebens befahl Alfons, dass man ihm den für ihn so schimpflichen Hergang der Sache hinterbrachte, seiner Gemahlin in den Palast zurückzuführen. Sie weigerte sich dessen jedoch entschieden. Vergebens trug er bei seinem Staatsrat, den er folglich versammelte, auf einen Augenschein an, um durch denselben zu beweisen, dass die Königin keine Jungfrau mehr sei. Das Schamgefühl erklärte sie, verbiete ihr dieses, obwohl aber sei sie bereit, durch einen feierlichen Eidschwur zu bekräftigen, dass der König diese ganze Zeit über noch nicht entstanden gewesen sei, seine Pflicht als Gemahl an ihr zu erfüllen. Vergebens versuchte es endlich, der zur Verzweiflung gebrachte Monarch, seinem Verlangen durch Anwendung von Gewalt Nachdruck zu geben. Stürmend drangen einige tausend Edelleute mit gezogenen Schwertern und von dem Gebrüll Tausender, die ihnen folgten, begleitet, ins königliche Schloss, schlossen den König in sein Kabinett ein und nötigten ihn da, nachdem sie den Don Pedro im Triumph herbeigeführt, zwei Dokumente zu unterzeichnen, in deren einem er an Eidesstadt versicherte, die Königin, seine Gemahlin, sei noch Jungfrau, während er in dem anderen, Zitat, aus eigener Bewegung und in Kraft seiner königlichen unbeschränkten Macht der Regierung über seine Land zugunsten seines Bruders Don Pedro entsagte. Ende Zitat. Was nun folgte, kann man sich denken. Don Pedro versammelte die Reichstände, um ihnen in einer von dem Jesuiten Pater Runa da Kunja verhassten Schrift, die Beweggründe auseinanderzusetzen, warum man gegen Alfons VI nicht anders habe verfahren können und die von dem Einfluss der Jesuiten total beherrschte Ständeversammlung dekretierte die Absetzung des unglücklichen Monarchen als eines sinnlosen und Unmannes. Darauf bestieg Don Pedro als Pedro der Zweite den Thron und teilte sofort mit seiner bisherigen Schwägerin, nachdem der Papst Clemens IX den nötigen Dispens erteilt und zu der neuen Heirat seinen Segen gegeben hatte, das blutschänderische Ehebette. Den armen Alfons dagegen, der jetzt aus einem Gemahl ein Schwager geworden war, brachte man zuerst nach Tersera, dann nach Zintra ins Gefängnis und hier starb er endlich am 12. September 1683 in großem Elend. Ja, merkwürdig, dass hier Antichrist Papst Clemens IX das ohne Probleme hat bewerkstelligen können, um das ihn König Hendrikus oder wie nennt man den im Deutschen, King Henry im 16. Jahrhundert in England gebaten hat, als er von seiner Frau geschieden werden wollte. Er hätte ja vielleicht seine Frau nur für verrückt erklären müssen oder sagen müssen, dass sie seine Sinne nicht befriedigt oder was. Jedenfalls hat hier der Antichrist überhaupt kein Problem, eine Dispens zu erteilen, also mit anderen Worten ein Scheidungspapier zu geben, wonach die ehemalige Königsgemalen frei war, dann dem Nachfolger ins Ehebett zu folgen. Da hat der Papst überhaupt kein Problem mit. Kann natürlich auch sein, weil damals bei König Henry die Jesuiten noch nicht bestanden und hier die Jesuiten bereits eine furchtbare Macht ausübten, so ungefähr 130 Jahre nach ihrer Aufrichtung. Das muss man ja vielleicht auch berücksichtigen. Ja, für mich ist nicht nachzuvollziehen, warum man der Dame da mehr Gehör schenkt und Glauben schenkt als dem König. Naja, weil der König ja nicht besonders geliebt war von den Jesuiten und die Jesuiten sich natürlich auf die Seite der Frau geschlagen haben, weil die Wunschstellung der Frau in diesem Fall, also seiner Ehefrau, ja dieselbe war wie die Wunschstellung der Jesuiten. Die Jesuiten haben ja gemerkt, wenn wir unsere Kräfte hier zusammentun, wenn wir uns hier mit der Königin zusammentun, dann erreichen wir gleich dass sie beide dasselbe Ziel, wie man so schön sagt, zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Die Königin hat also ja durch diese Beichtväter haben sie ja zu wissen bekommen, dass die Königin Verlangen hatte nach dem jüngeren Bruder von dem König. Und der jüngere Bruder war in der Kontrolle der Jesuiten, während der ältere Bruder das ja nicht war. Der hat ja dafür gesorgt, dass er wollte Ministerstände und sowas haben, also haben die Jesuiten gemerkt, okay, wir haben die Frau durch den Beichtstuhl wieder einmal, ja, durch die Kenntnis, durch die Spionagearbeit haben wir die Frau auf unserer Seite, also werden wir dafür sorgen, dass wir den Mann ganz einfach absägen und deswegen haben sie sich dazu entschlossen. Ich hätte trotzdem aufgrund des Mittelalters und der damaligen nicht vorhandenen Gleichberechtigung das nicht so eingeschätzt, dass der Frau da dermaßen Gehör geschenkt wird, denn man hätte ja damals auch mit anderen Methoden feststellen können, ob sie noch Jungfrau gewesen ist. Aber gut. Es geht ja nicht darum, dass die Jesuiten das tatsächlich glauben, es geht darum, dass die Jesuiten die Geschichte der Königin durchaus unterstützen und es geht auch gar nicht darum, welche Macht oder was die hat, es geht darum, dass die Jesuiten nicht einverstanden waren mit dem König, der da gerade regierte, weil er ziemlich gegen ihre Schnur ging und sie sahen in der Verbindung, also in dem Bündnis, dass sie eingehen konnten mit der Königin eine Möglichkeit den König abzusägen und damit war die Königin nichts weiter als das Mittel zum Zweck. Guck, sie hätten es ja auch anders machen können, sie hätten den König auch einfach ermorden können, sie hätten ihn vergiften können oder was weiß ich auf eine Art und Weise umlegen können, aber das sind eben teilweise auch nur Methoden, bevor überhaupt nichts mehr wirkt, das letzte Methode, hier hat sich halt eine andere Methode dargestellt und das trägt ja dazu bei, dass wir diese Intrigen immer mehr und mehr und mehr wissen, ich meine damals mit Kennedy, wie war das denn, der sollte doch auch anscheinend eine Verbindung gehabt haben, zum Beispiel zu Marilyn Monroe, da hat man ja andere Dinge unterstellt, denk mal als Bill Clinton aus der Reihe sprang oder sie meinten ihn im Ragiel halten zu müssen, da haben sie ihm die Monica Lewinsky unter gespielt und haben mit der Absetzung gedroht, das sind ja immer dieselben Methoden, ich meine Bill Clinton, das hast du ja jetzt auch, ich weiß nicht wie weit du mitgelesen hast in unseren letzten Lesungen von Code World Babylon, aber Bill Clinton war ja ein Rhodes Scholar und war den Jesuiten ja total hörig und trotzdem haben sie Druck auf ihn ausgeübt, weil er vielleicht hier und da ungehorsam gezeigt hat und sobald man als ein Jesuiten Koatutor ungehorsam zeigt, kriegt man ganz fürchterlich Druck von den Jesuiten und das war hier mit dem König jetzt genau das gleiche, der König hat Maßnahmen ergriffen, die eine Regierung unterstützen würden in dem Land, die nicht so unter dem Joch der Jesuiten steht, wie es zu Anfang war, als die Jesuiten übernommen hatten unter dem Vorgänger hatten sie ja im Grunde ihren Gottesstaat errichtet, sie hatten die weltliche Regierung, also das Königshaus so dermaßen unter Kontrolle, dass im Grunde das so nach seiner Pfeife getanzt hat, dass sie ihren Gottesstaat errichtet haben, genau wie in Paraguay in den Reduktionen später ihnen das ja auch gelang, das war ja auch 16. bis zum 17. Jahrhundert und wir sprechen ja jetzt über die Zeit wo die Reduktion in Paraguay so langsam zum Ende ging, das war für 150 Jahre bis zum Anfang des 18. Jahrhunderts oder Ende des 17. Jahrhunderts dass das war und wir sind hier in der Mitte des 17. Jahrhunderts und wir sehen also hier dass die Jesuiten immer wieder dieselben Machenschaften haben um die Dinge zu machen aber sie regieren aus dem Hintergrund sie hatten sie da eine Frau damit bei die war mit dem König überhaupt nicht zufrieden hat aber Gefühle gehabt für dem seinen Bruder und dann haben sie gesagt das wäre ja noch schöner wenn wir die mit dem Bruder verbinden dann haben wir einen König den können wir den anderen absetzen und dann haben wir wieder unsere uneingeschränkte Macht in Portugal zurück und deswegen haben sie der Frau mehr oder weniger geholfen ihre Geschichte so zu verteilen wie sie verteilt hat so sehe ich das zumindest aus dem Zusammenhang hier gut lesen wir mal weiter auf Seite 218 unten sind wir inzwischen angekommen welche Vorrechte nun die Jesuiten unter einem Könige der ihnen allein den Thron zu verdanken hatte in Anspruch genommen und genossen haben werden darüber wird wohl kein Mensch auf Erden im Zweifel sein insbesondere aber konzentrierte sich die Gewalt in dem Pater Emanuel Fernandez welcher der Pater Bienra diehst du das auch so Pater Bienra ja ok welcher dem Vater Bienra dem früheren Beichtvater Petrus mit dessen Thron Besteigung im Amte folgte ihn machte sein hoher Gönner zum Geheimrat zum Geheimen Rate und später gar zum Vorsitzenden des Staatsrats so dass alle Geschäfte sowie alle Ernellungen durch seine Hand gingen ja sogar das Kriegsdepartement wurde ihm unterstellt obwohl man meinen sollte ein solches Feld schicke sich nicht für einen Gewissensrat und Prediger allein es gehörte nun einmal in den Plan der Jesuiten sich nach und nach allerhöchsten Tribunale zu bemächtigen um total unumschränkt oder uneingeschränkt und despotisch herrschen zu können kurz Petro der zweite war solange Emanuel Fernandez lebte nichts als ein blindes Werkzeug in seinen Händen und wie der allmächtige Mann anno 1693 starb so nahm der Pater Sebastian von Magellans seine Stelle mit allen ihren bisherigen Vorrechten ein natürlich aber war die Regierungslast allzu groß als dass er sie hätte allein auf seine Schultern nehmen können und somit teilte er redlich mit seinen Genossen insbesondere ragten hervor Nuna da Gunja der Provinzial der Sozietät in Portugal sowie Franz de Vill der Beichtiger der Königen und man nannte diese drei nämlich Fernandez Gunja und Vill nur das Triumphirat doch es war kein Triumphirat der Liebe sondern eines des Schreckens und es machte sich allen denen furchtbar welche nicht blind links die Befehle befolgten die aus dem Profess Hause des Ordens in Lissabon hervorkamen genug übrigens nun über die Machtstellung der Jesuiten in Portugal über welche ich mich fast allzu weit gläubig ausgelassen habe allein in keinem einzigen Reiche der Welt gelang es der Sozietät Jesu auch so vortrefflich alle Stände ihrem Machtanspruch zu unterwerfen wie hier an keinem Hofe verstanden sie es besser den Charakter des Seelsorgers mit der Gewalt eines Staatsministers zu vereinigen nirgends sonst hatten sie die Erziehung des ganzen Volkes so sehr in Händen und nirgends sonst begünstigte ihren Despotismus die Schwäche der Regenten mehr als gerade hier in Portugal welches jahrhundertelang nichts war als eine sklavisch gehorchende Provinz ihrer angestrebten Universal Monarchie und damit beenden wir das Kapitel Portugal in dem Buch von Griesinger und wir wenden uns im nächsten Kapitel der Machtstellung der Jesuiten in Spanien zu was wahrscheinlich nicht weniger interessant wird sicherlich wenn wir hier auf das Ende des 15. Jahrhunderts zu sprechen kommen wo einige Umstürze dort passiert waren die Machtstellung der Jesuiten in Spanien oder hast du noch eine abschließende Bemerkung zu dem was wir gerade über Portugal gelesen haben Michael Nein ich fand es sehr spannend und hatte mir im Laufe der Lesung jetzt auch immer so ein bisschen besser so die altdeutsche Schrift angeeignet das geht dann doch etwas flüssiger wenn man da länger mit zu Gange ist und mir kam die ganze Zeit der Gedanke dass also speziell Spanien und Portugal dermaßen von Interesse gewesen sind weil es ja eben die großen Seefahrernationen gewesen sind und die entsprechende Reichtümer aus diesen ganzen Kolonien dann auch heimgebracht haben später das habe ich ich habe jetzt die genauen Jahreszahl nicht im Kopf von wie heißt der Francesco de Gama ich habe es jetzt nicht genau im Kopf Vasco de Gama genau und die ganzen anderen das war im 16. Jahrhundert meine ich ja meine ich auch und nach Kolumbus Ende 15. Jahrhundert und dann Vascu de Gama und Magellan genau das sind das sind alles Portugiesen Spanier und Italiener und man darf nicht vergessen und das ist denke ich einer der wichtigsten Punkte die man hierbei berücksichtigen muss Spanien ist das katholischste Land auf dieser Erde und Portugal das sich da direkt anschließt ist auch nicht weniger katholisch und das ist geschichtlich bewiesen und das ist bis heute immer noch so es gibt also selbst Italien ist nicht so katholisch wie Spanien und in diesem Fall ja jetzt auch mit Portugal ich meine wir haben jetzt gerade eben gesehen obwohl die Jesuiten Portugal wie eine Geißel gehalten haben haben die Leute niemals gegen diese Herrschaft gegen diese geistige Herrschaft der Jesuiten wirklich rebelliert sie sind nur vom Regen in die Traufe gekommen sie haben den einen abgesetzt und den anderen drauf genommen aber die Regierenden oder besser gesagt diejenigen die die Machenschaften dahinter in der Hand halten die Jesuiten die haben sie niemals rausgeschmissen zumindest nicht in diesem zu diesem Zeitpunkt das kam erst später im 18. Jahrhundert als wir langsam auf das Verbieten des Jesuitenordens dahin gingen vor der Gründung der Vereinigten Staaten da wurden auch aus Portugal die Jesuiten ausgewiesen da wurden sie auch aus Spanien ausgewiesen aber das ist ja hier eine noch frühere Geschichte und hier sehen wir im Grunde die Leidensgeschichte eines ganzen Volkes das so unter dem Joch der Jesuiten war damals und im Grunde ist das eine Widerspiegelung und das wirst du noch merken wenn ich die vorherigen Lesungen veröffentliche wo wir über die Reduktion von Paraguay sprechen das ist eine Spiegelung dessen was sich in Paraguay abgespielt hat und gerade der König von Spanien der ja eigentlich der Herrscher über Paraguay war den sie verarscht haben mit die ganzen Reichtümer da raus zu schaffen und dem König dann nicht von erzählt hatten weil der total unter der Fuchtel der Jesuiten stand also das ist eine Geschichte in die kommen wir jetzt hier auch noch mal rein das wurde einmal belichtet ich weiß es nicht ich lese es ja auch alles zum ersten Mal ich habe noch kein einziges Wort dieses Buches hier wo ich heute lese vorher gelesen also für mich auch zum ersten Mal aber ich gehe mal davon aus weil der Griesinger sehr pedantisch ist mit der Geschichte und die Dinge von beiden Seiten probiert zu beleuchten wir hatten das aus Paraguay bereits gesehen wie der Blick auf Spanien war und jetzt werden wir wohl auch sehen wie der Blick aus Spanien auf Paraguay war Machtstellung der Jesuiten in Spanien hast du noch eine weitere Bemerkung oder soll ich fortfahren mit der Lesung ne das habe ich jetzt so weiter keine weitere Bemerkung na schön dann lesen wir mal weiter ich werde nochmal eben hier das Bild verändern und dann fahren wir fort die Machtstellung der Jesuiten in Spanien die ersten Jesuiten welche gleich nach der Stiftung ihres Ordens also noch unter der Regierung Kaiser Karls des Fünften den wir ja auch als Widersacher von Martin Luther uns noch herinnern von ihrem General nach Spanien geschickt wurden um dort den Orden einheimisch zu machen waren der Pater Araos ja das ist der richtige Name Araos der sich Barcelona und der Pater Villanova der sich Saragossa zu seinem Gastspiel auserlas das erste Jesuiten Kollegium aber das in dem Vaterlande Loyolas entstand wurde in Gandia gegründet und zwar durch den Herzog Franz von Borgia und Gandia den nochmaligen dritten General des Ordens bald übrigens vermehrte sich die Anzahl sowohl der Mitglieder als ihrer Kollegien und sonstigen Niederlassungen sehr bedeutend denn bei einer Nation welche so sehr zum Aberglauben und zur Schwärmerei geneigt war wie die spanische konnten die frommen Patres ihr Ziel natürlich weit leichter erreichen als bei einer nüchternen und klar denkenden musste ja doch schon die Art und Weise wie sie auftraten den bigotten Spaniern imponieren wie denn auch in der Tat das Volk sie für ganz außerordentliche Menschen wenn nicht gar für Heilige ansah sie erschienen nämlich wohin sie auch kamen stets in ärmlichem schmutzigem und zerrissenen Gewande sie nahmen ihren Aufenthalt im Spital und bettelten sich ihren Unterhalt zusammen sie begannen den Unterricht mit einigen Gutleuthauskindern und zum Predigen war ihnen jeder Eckstein gut genug sie zerfleischten ihren Leib vor aller Welt mit Geißelhieben und trieben dieses Rasen gegen sich selbst meist so weit dass man von Obrigkeits wegen einschritt weil man befürchtete sie könnten sich zu Tode peinigen mit einem Worte sie trieben den Fanatismus bis auf die absolute Spitze indem sie zugleich der Menschheit den Glauben beizubringen suchten es sei dieses ihr ganzes tun und treiben nichts anderes als eine richtige und reelle Nachahmung der apostolischen Weise das ist des Auftretens der Apostel und ihrer Jünger Da kann man mal sehen Michael wie betrogen das spanische Volk ist das seit 1470 im Besitz war einer spanischen Bibel wie wir aus Rulas of Evil gelernt haben also Herrscher des Bösen in dem Tapas Horciger schreibt dass damals Loyola bereits seit 1470 in seinem Schloss eine Bibel hatte in Spanisch zur Verfügung hatte um sie zu lesen da können wir mal sehen wie furchtbar dieses spanische Volk des Gottes Wortes beraubt war dass sie diese Gespenster Geschichten glauben dass das eine perfekte reelle Nachahmung der apostolischen Weise ist das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen weil heute sagt man von ja dann lese ich doch mal wie die Apostel waren dann lese ich doch mal wie es in der Bibel beschrieben steht da ist da in Spanien kein Mensch jemals drauf gekommen so wie es hier geschrieben steht und so hat man natürlich leichtes Spiel und das leichte Spiel das müssen wir uns vielleicht auch mal eben vor Augen halten Michael das leichte Spiel das die Jesuiten hier mit den Spaniern haben wie wir jetzt auch noch weiterhin lesen werden genau das leichte Spiel haben sie heute mehr oder weniger weltweit weil sie die Leute der Wahrheit berauben die in Gottes Wort ist weil sie die Bibel verfälschen und diese ganzen verfälschten Bibeln rausbringen und damit nicht mehr das reine und bewahrte Wort Gottes unter den Menschen ist und weil sie die Menschen durch ihre Ausbildung was im Kindergarten anfängt sich in die Grundschule Mittelschule und Hochschule fortsetzt bis die Universitäten mit allen möglichen Dingen Zugleistern mit allen möglichen sogenannten Wissenschaften und mit daneben allen möglichen oder allen erdenkbaren Ablenkungen wie Computerspiele wie iPhones wie ja nicht nur Computerspiele sondern auch Casino Spiele Pornografie Filme Fernsehserien nenn es mal auf du kennst doch selbst diese ganzen Dinge von denen man heutzutage abgelenkt wird alles außer das Wort Gottes zu haben ja Bücher sind ja auch nur völlig aus der Mode gekommen wer liest denn noch ein Buch außer Belletristik ja eben außer Belletristik gestern Abend lief im Fernsehen wenn ich richtig geguckt habe der Film Fifty Shades of Grey im deutschen Fernsehen eine Verfilmung dieses Buches was ich absolut verteufel nicht nur weil es sexuelle Themen behandelt die überhaupt unchristlich sind das ist nochmal gar nicht der Punkt aber eben weil alleine schon dieser Titel Fifty Shades of Grey halt nur auf Kompromisse eingeht und das Absolute als teuflisch darstellt ja etwas ist weiß wahr oder es ist schwarz unwahr und Fifty Shades of Grey geht eben genau darauf ein dass du eben 50 Grautöne hast die die Wahrheit mit der Lüge mehr und mehr vermischen und das ist die Welt in der wir heute leider leben ja das ist ja dieser Begriff Toleranz der ja immer dann gebraucht wird ja und der der nichts anderes dann irgendwo bedeutet als etwas zu erleiden und es gibt ein Sprichwort dessen Urheber mir jetzt gerade nicht bekannt ist der aber heißt Toleranz gegenüber dem Bösen vielleicht kannst du den weiter vervollständigen da gibt es da gibt es doch ein bekanntes Sprichwort ich weiß jetzt nicht mehr genau von welchen aber das geht so ungefähr wie Toleranz gegenüber dem Bösen ist Sünde oder irgendwie sowas also Toleranz ist ein ganz ganz gefährliches Wort meiner Meinung nach Toleranz ist da stimme ich dir zu wenn du das das Sprichwort suchst dann musst du das mal kurz im Internet in die Suchmaschine eingeben und dann wirst du da vielleicht drauf kommen wo das herkommt und wie das vollständig lautet mir sagt es im Augenblick nichts aber der Ansatz von dem was du sagst ist natürlich ganz richtig aber ich möchte jetzt auch nicht allzu weit abweichen hier von dem Thema weil wir sind auch schon die ganze Zeit in dem Video jetzt drin aber der Punkt ist dass wir uns eben mal vor Augen halten dass was wir jetzt gerade eben gelesen haben auf dieser einen Seite wie die Jesuiten dafür gesorgt haben dass die wie es hier genannt wird begotterischen also die abergläubischen und die die leicht beeinflussbaren Spanier wie die im Grunde die Herrschaft der Jesuiten angenommen haben eben dadurch dass sie total verblendet waren würde man heute wohl sagen ist denke ich ein Ausdruck der es der es ganz gut bringt und das sind wir ja heute doch auch ja auf jeden Fall also die meisten von uns jedenfalls also der Satz geht Toleranz wird zum Verbrechen wenn sie dem Bösen gilt und ist zugesprochen Thomas Mann ja und den Satz fand ich sehr sehr interessant denn das ist genau eigentlich das Gegenteil was uns in Anführungsstrichen gepredigt wird ja richtig ja dem kann ich dem kann ich nichts als Zustimmung entgegenbringen ja das ist richtig aber jetzt lesen wir doch lies doch bitte lies doch bitte weiter mache ich auch nur mich hat es eben gerade fasziniert um zu sehen wie das was hier damals in Spanien im Grunde passiert war im Grunde doch nichts anderes ist als ein Spiegelbild von unserer Gesellschaft heute mehr oder weniger weltweit und das wollte ich mal eben zur Aufmerksamkeit unserer Zuhörer und Zuschauer bringen trotzdem nun aber das Volk von Spanien ich meine die große Masse und besonders die Weiber förmlich für die Sozietät Jesu schwärmte so wollte es derselben doch nicht gelingen sich in diesem schönen Lande so schnell und stabil niederzulassen wie dies in Italien und besonders in Portugal der Fall gewesen war und es haben sich schon viele Leute hierüber gewaltig gewundert allein mit Unrecht und zwar aus folgenden Gründen einmal nämlich ließ sich Kaiser Karl V der damalige Regent von Spanien von 1516 bis 1556 ja nicht nur der Regent von Spanien meine Lieben sondern der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation ja und das war als ganz Europa war unter der Fuchtel der Heiligen Römischen Katholischen Kirche und damit war der Kaiser den wir als deutschen Kaiser auch kennen als Widersacher von Martin Luther in der Zeit natürlich auch der Regent von Spanien er war durchaus nicht dazu zu bewegen einen Jesuiten zum Beichtvater zu nehmen obwohl er der Gesellschaft sich sonst durchaus nicht feindselig erzeigte er wählte sich seine Gewissensräte vielmehr meist aus dem Dominikaner oder einem sonstigen längst akkreditierten Orden ohne Zweifel weil der Einfluss seines ersten Beichtigers des berühmten Jimenez Aisneros der Großinquisitor Kardinal Erzbischof von Toledo und Staatsminister zumal war bei ihm das ganze Leben hindurch nachwirkte und als die berühmtesten von ihnen werden außer Jimenez Peter von Soto ein Gelehrter Garcias de Luanza Bischof von Osma Carranza späterer Bischof von Toledo Johann von Regla der Hieronymit also einer der Hieronymus gefolgt hat einer der frühen zwischen Anführungszeichen Kirchenväter Juan de Ortega ein halber Heiliger und Konstantin Ponche de la Fuente Domherr von Sevilla wenn nun aber nicht Jesuiten das Gewissen des großen Monarchen zu beraten hatten wie wäre es dem Orden Jesu möglich gewesen eine so große weltliche Macht in Spanien zu erlangen wie in Portugal wo seine Mitglieder das Herz der Könige nach Belieben lenken konnten ein zweites nicht minder großes Hindernis für die schnelle Entwicklung und Ausbreitung des Ordens in Spanien lag in dem Widerstande welchen ihm teils einzelne Theologen und Priester teils insbesondere auch die gesamten übrigen Orden den Dominikanerorden an der Spitze leisteten Letzterer Orden also die Dominikaner war wie jedweden ratsatsam aus der Geschichte bekannt sein wird seit vielen vielen Dezennien tonangebend in Spanien er hatte das Herz des Volkes bislang durch den Beichtstuhl in Händen gehabt und vermittelt der Inquisition beherrschte er groß und gering arm und reich weiblich und männlich mit eiserner Strenge ihm flossen seither die Reichtümer des Landes zu und aus der Mitte seiner Mitglieder wurden die meisten bischöflichen und erzbischöflichen Stellen besetzt wie konnte es nun ruhig wie konnte er es nun ruhig hinnehmen dass auf einmal ein anderer Orden sich in seinen Sprengel eindringte dass andere da zu ernten versuchten wo er allein gesährt hatte und die Sichel zu schwingen gewohnt war darum bewog er auch überall wo sich die Jesuiten niederlassen wollten besonders in Salamanca Alcala und Saragossa wie Bischöfe ihnen das Recht die Bischöfe ihnen das Recht die Jugend zu unterrichten streitig zu machen sowie vor allem den Beichtstuhl zu verbieten und es kam darüber in den genannten drei Städten zu den ärgerlichen Auftritten auch zogen die Jesuiten wenigstens am Anfang über all den kürzeren und es nahm von den übrigen Mönchen aufgestachelt und es nahm von den übrigen Mönchen aufgestachelt nicht selten sogar das Volk Partei gegen sie wie denn zum Beispiel in Saragossa im Jahre 1555 ihr Kollegium beinahe erstürmt worden wäre und sie nur durch die schnellste und heimlichste Flucht ihr Leben retten konnten noch mehr fast als dieser auf äußere Gewalt gestützte Widerstand schadeten ihnen die einzelnen Theologen welche ihnen mit den Waffen des Geistes und der Wissenschaft entgegentraten und unter diesen ist besonders zu nennen der berühmte Doktor der Gottes Lehrfamilie Melchiorcano aus dem Orden der Dominikaner dieser ebenso gebildete als scharf singende Priester nämlich hatte auf einer Reise nach Rom den Ignaz von Loyola nebst seinen Schülern nicht gerade von der vorteilhaftesten Seite kennengelernt und also daher anno 1548 die ersten Jesuiten mit Pater Favre und dem Doktor Ortiz in Salamanca wo er selbst als Universitätsprofessor wirkte einrückten wandte er ihnen sofort seine besondere Aufmerksamkeit zu da überzeugte er sich nun bald dass dieselben keineswegs den Narren und Toren um Gottes Willen welche sie spielten seien sondern dass vielmehr sie zur Schau getragene Armut Demut und Selbstpeinigung als reine Verstellung als ein bloßer Kunstgriff um sich einzubürgern betrachtet werden müsse und darum schilderte er sie ungescheut sowohl auf der Kanzel als im Lehrstuhle Zitat als falsche Apostel sowie als gefährliche Menschen denen man weder den Beichstuhl noch die Erziehung der Jugend anvertrauen dürfe Ende Zitat Auch hätte er es durch das hohe Ansehen das er genoss gewiss so weit gebracht dass die Loyoliten aus Salamanca gänzlich vertrieben worden wären wenn ihn nicht ein Befehl des Papstes Paul III welcher bekanntlich der Gesellschaft Jesu alles zu gefallen tat auf das Tridentische Konzil berufen haben würde Hierdurch bekamen die Söhne Loyolas freie Hand und auch später konnte er ihnen wenig mehr haben da ihn der römische Stuhl nach Beendigung des Konzils zum Bischof der Kanarischen Inseln ernannte Wie ungemein wichtig er übrigens schon damals die Gesellschaft Jesu beurteilte er sieht man aus einem Sendschreiben von ihm das an den Pater Johann von Regla den Beichtvater Karls V gerichtet und noch vorhanden ist denn in diesen kommt wörtlich übersetzt nachfolgender merkwürdiger Passus vor Zitat Wollte Wollte Im Jahre 1555 zusammen zusammen also eine Macht immerhin groß genug um unbedingt das Übergewicht in Europa zu behaupten besonders auch weil das aufs engste verwandte und befreundete Haus Österreichs in keinerlei Weise gewillt war die spanischen Pläne zu durchkreuzen Über dem oder außerdem standen dem jungen Könige die geübtesten Heere die berühmtesten Feldherren zur Seite und das Geld der neuen Welt die Spanien erobert hatte floss damals noch in Hülle und Fülle Fast noch mehr aber brachten die niederländischen Handelsflotten ein und mit einem Worte Philipp der Zweite besaß alles was einem Herrscher nur immer Macht und Glanz verleihen konnte er besaß alles was nötig ist um einen Monarchen zum Herrn der Welt zu machen war nun dieser Regent ein weiser schöpferischer und für das Wohl der Menschheit begeisterter Mann wahrhaftig welch Außerordentliches hätte er damit leisten können doch ein solcher Regent war Philipp der Zweite beileibe nicht im Gegenteil der Gedankenkreis der ihn beherrschte hatte gar enge Grenzen und beschränkte sich auf einen starren Bigotismus Glaubenseinheit Vertilgung der Ketzerei Unterdrückung aller Volksknechte oder Unterdrückung aller Volksrechte so hießen die Zielpunkte nach denen er strebte und er suchte sie zu erringen durch den schroffsten starrsten und grausamsten Despotismus den je ein Gesalbter des Herren ausgeübt hat nun aber wenn dem so war darf man sich noch darüber wundern wenn die Jesuiten ihn den Philipp den zweiten ausersahen um durch ihn die römisch-jesuitische Universalmonarchie zu gründen wenn sie ihn und seinen Stamm wie ich im vorhergehenden Abschnitt näher geschildert habe zum Oberdespoten von Europa machen wollten das das eine interessante Frage wo ich dann auch unsere Lesung heute nach etwas über einer Stunde gerne mit beenden möchte wir haben gerade jetzt mal angefangen einzusteigen in das Thema Spanien in diesem Kapitel des Buches von Theodor Griesinger das eben in seinem vollständigen Titel lautet die Jesuiten vollständige Geschichte ihrer offenen und geheimen Wirksamkeit von der Stiftung des Ordens bis jetzt und ich freue mich sehr dass mein Bruder Michael mich dabei begleiten konnte heute bei dieser Sendung und ich möchte von daher ihm auch eben gestatten das vor mir abschließende letzte Wort zu haben Michael noch ein kleiner Kommentar zu dir zum Ende dieser Lesung Ja vielen Dank alleine schon dir Jörg dass du dieses Buch entdeckt hast und dass wir jetzt so viele Geschichtsstunden Nachhilfe bekommen die wir ansonsten nie bekommen und erfahren hätten denn im Endeffekt lernen wir aus der Geschichte eigentlich das meiste und das ist das was mich jetzt nach Jahren langweiliger Geschichte auf der Schule erneut fasziniert dass man halt so viele Dinge da raus lesen kann und eigentlich auch den ganzen Lauf der Welt besser versteht und das macht der Herr Griesinger hier wirklich ausgezeichnet dass er halt einfach auch die Beweggründe die Hintergründe aufzeigen kann und deswegen finde ich dieses Buch halt einfach so toll und ich freue mich natürlich wenn wir weiter in der Geschichte kommen auf jeden Fall vielen Dank dass ich da heute mit bei helfen durfte das ist gerne geschehen mich ich freue mich auch wenn ich einmal so eine Lesung mit einem Gast dabei machen kann wie ich das in Englisch auch schon mit Brett Norman machte oder Tom Fress wenn ich den eingeladen habe letztens hast du vielleicht gesehen Brett hat es hochgeladen auf seinem Kanal gerade eben das siebte Kapitel meiner Lesung von Behind the Dictators eine zwei Stunden lange Sendung die ich damals mit Tom Fress aufgenommen habe finde ich bis heute noch immer eine der besten Sendungen oder auch die ganze Spielliste die ich habe Hour of the Truth meets Inquisition Update wo wir dieses Buch zusammen gelesen haben von Preterism und Futurism aber nochmal eben abschließend auf das was du jetzt gerade eben hier gesagt hast wollte ich eigentlich eingehen und jetzt habe ich vergessen was du gesagt hast also sinngemäß habe ich gesagt das was man früher in der Schule vermisst hat Geschichte also ich persönlich ich war in Geschichte das war immer eins meiner besten Fächer und als wir dann später als das in der Schule verändert hat und es hieß Politik hatte ich sogar eine das was einem in der Schule gelehrt wird ist natürlich nicht das was uns hier gelehrt wird und das Wichtige und das ist eigentlich der Punkt den ich machen wollte der Punkt den ich eigentlich machen wollte ist der wir lernen hier Geschichte natürlich aus einer säkulären Sicht aus der weltlichen Sicht weil man kann ja über das Buch von Griesinger sagen was man will er erzählt uns hier die Geschichte der Jesuiten das ist auch wichtig und das ist eigentlich der Punkt um den es geht und deshalb ich diese ganze Lesung überhaupt mache wir lernen hier die richtige Geschichte kennen auf die wir heute in 2018 zurückschauen können die letzten 400-500 Jahre was passiert ist und wir sehen wenn wir daneben die Bibel nehmen wie die biblischen Prophezeiungen sich erfüllt haben in der Geschichte und wir sehen das was wir in der Bibel lesen durch diese Lesung von Griesinger sehen wir bestätigt dass wie es in Offenbarung heißt die Könige der Welt mit ihr Unzucht trieben mit ihr mit der abtrünnigen Frau mit der Hure aus Babylon mit der römisch-katholischen Kirche hier wird ins Detail beschrieben wie die Könige mit der römisch-katholischen Kirche Unzucht betrieben haben und das finde ich so wichtig Michael das ist auch das was mir an dieser ganzen Buchlesung am meisten am Herzen liegt dass die Leute durch diese säkulare Lesung angesetzt werden die Bibel damit beizunehmen und sehen wie sich die Prophezeiungen in der Bibel durch die Geschichte hin erfüllt haben weil eine Prophezeiung in der Bibel ist nichts anderes als Geschichte die im Voraus geschrieben wurde und wir haben heute dadurch dass wir auf dieses Voraus zurückschauen können die Möglichkeit uns damit zu beschäftigen und diese Prophezeiungen in der Vergangenheit als erfüllt zu erkennen und zu verstehen wie diese Prophezeiungen sich auch heute noch erfüllen weil die Könige der Welt die Unzucht mit der Hure Babylons trieben waren ja nicht nur die Könige aus Portugal Spanien Italien die wir bis jetzt hier gerade besprochen haben sondern natürlich auch die ganzen Könige von heute die Könige von heute sind ja nicht nur hier der König wo ich lebe in Belgien sondern natürlich die ganzen Ministerpräsidenten also Bundeskanzler Ministerpräsidenten und Präsidenten der Länder die genauso Unzucht treiben mit der Hure von Babylon die genauso zum Papst gehen und ihm die Füße und den Ring und die Finger und was eh nicht alles küssen ganz genau dasselbe und die Leute durch diese Geschichtslesung dahin zu bringen die Bibel besser zu verstehen das ist Aufgabe von Stunde der Wahrheit und damit möchte ich mich für heute von euch verabschieden danke fürs zuhören zuschauen und bis zum nächsten Mal Maranatha